Nicola Appel von Articulate hat uns in einer sehr interessanten Session die sechs Prinzipien interaktiver E-Learnings dargestellt. Für die, die nicht dabei sein konnten, kannst du da vielleicht ganz kurz die wichtigsten Prinzipien zusammenfassen. Ja, also es war von meiner Seite vor allen Dingen so ein paar Ideen zu geben, dass E-Learning in Zukunft wirklich interaktiver erstellt wird. Weil oft hat man doch die klassische Vorgehensweise, dass es sehr linear ist und die Lerner sich dann Schritt für Schritt durch die Informationen durchhangeln. Und was ich immer spannend finde, ist das einfach mal sich davon abzulösen und beispielsweise Szenarien einzuführen. Was glaube ich auch mittlerweile schon mehr im Kommen ist, dass man Situationen den Lernern vorgibt und sie dann sich mit den Situationen auseinandersetzen sollen und Lösungen finden sollen. Oder ein großer Favorit von mir ist, aber wo Unternehmen doch immer noch sehr vorsichtig mit umgehen, ist die Lernern auch mal ins kalte Wasser fallen zu lassen. Und einfach mal dann schwimmen zu lernen in Anführungszeichen. Das heißt, einfach sich auch wieder beispielsweise Eingabemaske einer Software, einfach jetzt leg los. Jetzt guck, wie du dich mit dieser Software auseinandersetzt und mach auch ruhig Fehler, weil dadurch lernst du auch, wie du es dann wieder richtig machen kannst. Und das kann man natürlich auch auf andere Themen übertragen. Muss natürlich dann auch dem Thema entsprechend sein. Spannend fand ich, dass in der Diskussion rausgekommen ist, dass viele da wirklich auch schon in der Richtung experimentieren und dass es gar nicht mal so große Hürden mehr in Unternehmen gibt, mehr Interaktivität reinzubringen. Aber ganz klassisch, dass am Ende ein Lerntest stehen muss, damit auch das Reporting entsprechend Futter bekommt, dass man da Ergebnisse präsentieren kann, ob der Lerner auch wirklich alle Informationen mitbekommen hat. Eine interessante Zusammenfassung, denke ich. Das leitet uns auch zur zweiten Frage, über die ich noch hätte an dich, Nicola. Was sind denn die größten Hürden aus deiner Sicht, um Unternehmen dazu zu bringen, E-Learnings tatsächlich interaktiv zu gestalten? Also gerade die Frage, was ich eben schon ansprach mit dem Reporting. Es ist sehr wichtig, dass am Ende der Personaldirektor zum Beispiel Daten zur Verfügung stehen hat, dass die Lernenden den Kurs absolviert haben, wie sie unter Umständen absolviert haben, wobei das ein bisschen kritischer ist mit Datenschutz. Aber auch dann entsprechend das gegenüber dem Accounting kommunizieren zu können, dass man sagt, okay, dieser Kurs ist wirklich wichtig und hat einen gewissen Wert, dass man da entsprechend auch Geld in Zukunft weiterhin dafür investiert. Es gibt diese klassischen Compliance Kurse zum Beispiel. Es gibt gewisse Themen, die müssen einfach in regelmäßigen Abständen in Unternehmen behandelt werden oder auch als E-Learning angeboten werden. Und da ist es natürlich klar, dass es dann auch in gewissen Strukturen abläuft und die Lernermotivation oft nicht ganz so die größte ist. Ich muss jetzt gerade noch mal fragen, was die Ausgangsfrage war. Ich habe den Faden verloren. Die größten Hürden, alles klar. Ja, also da sehe ich halt oft auch, dass dieses Thema, dass dann viele schon, wenn sie allein das Thema hören, schon groß mit den Augen rollen. Und wir haben da eigentlich in der Session auch besprochen, wie kann man sowas vielleicht auch doch besser interaktiver aufarbeiten. Weil gerade jetzt das Compliance-Thema Datensicherheit zum Beispiel, was kann man damit machen? Das sind ja von der Natur her eher trockene Themen. Wie kann man die interaktiver, wie kann man die spannender gestalten? Kann man da Szenarien vielleicht auch wiederum einsetzen? Was kann man da mit Videos machen? Also einfach mal selber die eigene Motivation nehmen und überlegen, wie kreativ kann ich mit dem Thema werden? Was kann ich daraus machen? Vielen Dank, Nicola, für diese interessante Zusammenfassung. Vielen Dank. Vielen Dank.